So, hi Leute, ich bin's wieder, euer XXGrantWarlordXX und ja, ich hab jetzt schlechte Neuigkeiten für euch. Ich sag's jetzt mal ganz kurz, ich schlief meinen Channel, höchstwahrscheinlich. Ja, jetzt zeig ich euch noch schnell warum. Also ich hab jetzt, wie lang hock ich jetzt schon hier? Zwei Jahre. Hab mir jetzt circa 480 Abonnenten jetzt mit meinen Videos erkämpft und so. Und ich hatte immerhin hintergegangen, also als mein Ziel, weil ich hab ja am Anfang Ziel gestellt, dass ich vielleicht irgendwann mal einen kleinen Sponsor bekomme oder irgendwelche kleinen Verträge schließen kann. Und so ungefähr ab 500 bekommt man halt dann so kleine Verträge und so. Aber ich kann keine bekommen. Jetzt erzähl ich euch schnell den Grund. Irgendwann mal, wo ich angefangen hab, hab ich das noch nicht so ganz ernst genommen und hab aus Spaß mal ein Video hochgeladen, dass in meinem Kanal ein Video angezeigt wird. Und ja, dann hat irgendwer das Video gemeldet, dass es nicht mir gehört, das hat auch nicht mir gehört. Das war so ein kleiner Clip, wo eine einen Ball am Kopf bekommen hat und ich dachte, der wäre ganz lustig. Und ja, seitdem steht das in meinem Konto. Ich kann's euch jetzt schnell zeigen. Dein Kontostatus, deines Kontos ist nicht in Ordnung, so und so. Wer will, kann das mal durchlesen. Und ja, dann hab ich mal ein bisschen gegoogelt, warum ich noch keine oder ob ich überhaupt Anfragen kriegen kann. Und praktisch gesehen war jetzt meine ganze Arbeit umsonst. Die ganzen Videos, die ich erstellt hab, ich kann praktisch in meinem Channel nichts mehr machen. Ich kann jetzt noch 10 Jahre Videos machen und im Endeffekt hab ich nichts davon. Ich hab viele neue Freunde kennengelernt und alles, ist ganz klar. Und ich bedanke mich echt für eure neue Mithelfe und jetzt hab ich mir überlegt, was machst du? Schließt du deinen Channel komplett und machst gar nichts mehr oder probierst du es nochmal und ja, ich bin jetzt für den Mensch Wurst gekommen. Ich hab jetzt einen letzten Versuch angelegt, ich hab mir jetzt einen neuen Channel gemacht, Massive Action HD. Und ja, es wäre super, wenn ihr mich an meinem neuen Channel abonnieren würdet. Denn wenn ich bis Wochenende, also wenn ich merke, dass ich noch aktive Abonnenten hab und die mir wirklich helfen wollen, dann abonniert bitte meinen neuen Channel. Denn wenn ich bis zum Wochenende meine 100 Abonnenten, aktiven Abonnenten auf meinem neuen Channel hab, die wirklich meine Videos sehen wollen, die denen meinen Videos gefällt, werde ich beschließen, alle Videos von meinem alten Channel auf meinen neuen Channel zu übertragen und dort auf meinem neuen Channel weiterzumachen. Und ja, wenn ich jetzt eh nur, ich weiß nicht genau wie viele meine Videos gucken oder so, wenn ich jetzt merke, dass ich ungefähr nur noch 30 Abonnenten auf meinem neuen Channel dann hab, dann hab ich mir gedacht, dann bringt es das eh nicht, dann mach ich einfach keine Videos mehr und ja, dann werde ich, keine Ahnung, mehr für die Schule tun oder so. Und nochmal danke an alle, die mich bis hierher gebracht haben und ja, es wäre super von euch, wenn ihr mich ja auf meinem neuen Channel, ich werde ihn auch noch in die Beschreibung packen, verlinken würdet, dann probiere ich da ein Neustart und ja, dann hoffe ich mal, dass es klappt. Und ganz wichtig, wenn es klappen sollte, ich am Wochenende 100 Abonnenten haben sollte auf meinem neuen Channel, werde ich an diesem Wochenende noch ein großes Special veranstalten für euch, das wird sein, ich mach eine Open Lobby in Black Ops, das heißt, ihr könnt dann mit mir spielen, es wird auf Xbox und PS3 stattfinden, wenn es soweit kommen sollte. Und ja, dann hoffe ich mal, bzw. ich warte mal ab, was passiert und ja, dann danke nochmal für eure treue Hilfe und ja, dann sehen wir uns vielleicht nochmal oder vielleicht nicht nochmal. Jo, bis bald.